Ja, herzlich willkommen zurück bei Sportorthopädie Dr. Lukas auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute ein bisschen was über den Zusammenhang von orthopädischen Problemen und Übergewicht erzählen. Beides wird immer mehr in Deutschland, welcher Zusammenhang besteht. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr ein Like gebt. Wenn ihr den Kanal abonniert, noch viel mehr. Und wenn Fragen kommen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich gucke, dass ich jede Kommentierung auch beantworte. Also heute Adipositas und Orthopädie. Als Einstieg ein paar Zahlen vom Robert-Koch-Institut aus dem Jahr 2019-20. Und demzufolge waren in Deutschland 47% der Frauen und 61% der Männer übergewichtig. Und wenn man zum krankhaften Übergewicht, zur Fettsucht der Adipositas geht, da waren sogar 19% der Erwachsenen betroffen, also immer noch jeder Fünfte. Das Problem mit der Adipositas ist, dass jede Menge Folgekrankheiten daraus resultieren. Sei es psychologische Probleme, sei es der Bluthochdruck, sei es Diabetes, Mellitus, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr seht hier, was da alles mit betroffen ist. Ich möchte heute vor allem auf diesen Bereich eingehen. Die orthopädischen Störungen, zum Beispiel auch eben Rückenschmerzen. Wenn man also die Adipositas als Zentrum des Universums ansieht, dann können Probleme im orthopädischen Bereich, zum Beispiel bezüglich Arthrose, bezüglich Verletzungen, Rückenschmerzen oder auch Beinachsenfehlstellungen auftreten. Und auf die Probleme möchte ich heute genauer eingehen. Lassen wir uns mit der Arthrose anfangen. Also der übermäßige, vorzeitige Gelenkverschleiß. Da ist zum einen durch die Adipositas natürlich die mechanische Überlastung zu nennen, wenn man pro Jahr plus minus ungefähr eine Million Schritte macht und bei jedem dieser Schritte 10 oder 20 oder noch mehr Kilo zu viel hat, dann ist das für das Gelenk natürlich eine maximale Mehrbelastung, die es irgendwann nicht mehr toleriert und vorzeitig verschleißt. Man weiß, dass da das Knie häufiger betroffen ist als die Hüfte. Da gibt es Studien zu. Beide Gelenke zeigen aber vermehrt Reaktionen vorzeitige Arthrosen durch Übergewicht. Aber das ist noch nicht alles. Wenn man die Gelenke dann operieren muss, Hüft- und Knieprothesen, dann haben die übergewichtigen Patienten leider auch ein erhöhtes Komplikationsrisiko. Es kommt eher zu Infekten. Die Hüftgelenke vor allem luxieren eher die künstlichen. Es kann gehäuft zu Thrombosen kommen. Und auch eine vorzeitige Lockerung ist bei Übergewicht häufiger. Also es kommt nicht nur vermehrt zu Arthrosen, auch die Komplikationen sind häufiger. Beides nicht gut. Aber es ist nicht nur die mechanische Überlastung, von der ich gerade gesprochen habe, sondern übergewichtige Patienten haben auch vermehrt Arthrosen in den oberen Extremitäten, also in den Fingern oder im Schultergelenk, wo ja nicht direkt die Belastung draufkommt. Man läuft ja nicht auf seinen Fingern durch die Gegend. Auch da ist vermehrt mit einer Arthrose zu rechnen. Und das liegt daran, dass Entzündungsvorgänge getriggert werden. Es kommt zu einem erhöhten Leptin. Damit ist ein chronischer Entzündungsstatus, eine chronische Entzündungslage gegeben, die auch letztlich auch das metabolische Syndrom, also die Kombination aus Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, vermehrtem Cholesterin im Blut begünstigt. Und da geht man inzwischen davon aus, dass die Arthrose im weitesten Sinne durch diese chronische Entzündung auch mit in diesen Formkreis gehört. Das sieht dann ungefähr so aus. Also die Fettzellen fördern die Entzündungsmediatoren. Dadurch wird auch vermehrt Leptin produziert oder freigesetzt. Und das letztlich kann diese Entzündungsvorgänge fördern, die Gefäßverkalkung, die eben dann zum Bluthochdruck oder auch zum Herzinfarkt führen kann oder auch die Thrombose mit verursachen kann. Und das führt letztlich aber auch eben zu vermehrten Arthrosen. Im Rückenbereich vermehrte Rückenschmerzen durch Übergewicht. Da weiß man, es kommt bei übergewichtigen Patienten doppelt so häufig zu Verschleiß im Bandscheibenbereich zu bandscheibenbedingten Beschwerden oder Schmerzen im Rücken. Ein Grund auch, die eingeschränkte Beweglichkeit. Sowohl das Bewegungsausmaß als auch durch das Übergewicht meistens die Bewegungsmenge. Die übergewichtigen Patienten bewegen sich leider im Schnitt deutlich weniger als Normalgewichtige. Beides fördert die Rückenschmerzen, weil die meisten Rückenschmerzen sind auch funktionell. Die Muskulatur ist zu schwach, weil sie zu wenig gefördert, zu wenig trainiert wird. So wie ich sagte, Bewegungsmangel führt zur schwachen Muskulatur. Wenn die Muskulatur zu schwach ist, wird der Druck auf den Knochen größer, weil die Muskulatur nicht unterstützt. Zum anderen ist natürlich das höhere Körpergewicht dafür verantwortlich, dass mehr Druck auf die einzelnen Bandscheiben kommt und die verschleißen dann schneller. Der nächste Punkt ist, dass der Körperschwerpunkt durch den Bauch meistens etwas nach vorne verlagert ist. Dadurch ist dann die Rückenmuskulatur dauerhaft angespannt, um das Vorüberkippen, das Vorüberbeugen zu verhindern. Und die dauerhaft verspannte Muskulatur meldet sich irgendwann, tut weh. Auf der anderen Seite, durch den Bauch, durch die Dehnung des Bauches, ist die Bauchmuskulatur auch dauerhaft gedehnt, meistens zu schwach, weil sie einfach, böse gesagt, ausleiert. Fehlstellungen, was haben die mit dem Übergewicht zu tun? Man weiß, es gibt Zusammenhänge. Übergewichtige Kinder zeigen schon im Kindes- oder Jugendalter vermehrt pathologische Fußstellungen, Beinachsen oder Hüftfehlstellungen. Also vermehrt Knicksenkfüße, vermehrt X- oder auch O-Beine, meistens eher die X-Beine, oder auch im Hüftbereich gibt es eher mal Fehlstellungen. Das ist nachgewiesen. Und das ist natürlich etwas, wo dann wiederum ein Auslöser sein kann, dass es vorzeitig zu einer Arthrose kommt. Dann möchte ich noch auf Verletzungen eingehen. Auch da gibt es eine spannende Studie, dass es eine fast lineare Beziehung zwischen dem Körpergewicht und dem Verletzungsrisiko gibt. Also je mehr man wiegt, desto höher ist das Verletzungsrisiko. Und das ist nahezu linear, also 1 zu 1. Ein Grund ist, dass meistens das Körpergefühl, das Bewegungsgefühl eingeschränkt ist, dass man sich nicht so einfach abfangen kann, wenn man eben 20 Kilo mehr abfangen muss. Das alles spielt da mit rein. Also auch da wieder deutlich erhöhtes Risiko. Heißt, wir müssen irgendwas tun. Man sollte probieren, von dem Übergewicht wegzukommen, um diese ganzen Risiken einzuschränken. Therapeutisch weiß man, 5% Gewichtsreduktion, also wenn man 100 Kilo wiegt, 5 Kilo weniger, führen bereits im orthopädischen Bereich zu einer messbaren Symptomreduktion. Die Patienten haben also weniger Beschwerden. Wenn Sie es schaffen, 10 Kilo weniger zu wiegen oder 10% des Körpergewichts, das war mit dem Beispiel mit dem 100 Kilo Menschen, 10% weniger Körpergewicht führt bereits zu einer signifikanten Verbesserung der Klinik, also der Schmerzen oder der Funktion, aber auch zu einer Qualitätsverbesserung und zu einer dicken Zunahme, zu einer Volumenzunahme des Knorpels am medialen Femocondylus. Das ist der innere Teil vom Kniegelenk. Also wenn man hier das Kniegelenk anguckt, der innere Bereich vom Oberschenkelknorren, da zeigt sich durch die Gewichtsreduktion sowohl quantitativ, volumenmäßig als auch qualitativ eine Verbesserung des Knorpelgewebes. Und das ist natürlich deutlich hilfreich, um eine Arthrose zu verhindern. Um jetzt das Gewicht abnehmen zu können, langt es nicht allein zu sagen, mach mehr Sport. Ganz wichtig ist einfach die Lebensstiländerung, die Ernährungsumstellung und da sollte man sicherlich mal eine professionelle Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, um sich beraten zu lassen, auch im Einzelfall, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wie kann ich von dem Gewicht möglichst runterkommen. Auch für den Sport sollte man sich beraten lassen, welche Sportarten machen Sinn mit Übergewicht, dass ich dadurch nicht meine Gelenke noch mehr überbeanspruche, was macht keinen Sinn. Meistens sollte man gucken, dass man viel im A-Aroben, also im Grundlagenausdauerbereich, trainiert. Da ist zum Beispiel Fahrradfahren oder auch Schwimmen hervorragend geeignet. Man sollte immer irgendwo auch ein Krafttraining mit inkludiert haben, weil die Muskeln auch in der Ruhephase Energie mehr verbrauchen als Fettgewebe. Also durch das Krafttraining kann man langfristig dann auch in der Ruhephase mehr Kalorien verbrennen. Und man sollte an der Beweglichkeit arbeiten, um da eben auch dem Rücken eine gewisse Entlastung zum Beispiel zu geben. Zudem ist nachgewiesen, dass die Kräftigung der Muskulatur die Schmerzen reduziert bei einer Arthrose. Also eine bessere Muskulatur führt zu weniger Schmerzen, wenn man schon eine Arthrose hat. Macht also Sinn, da zu trainieren, egal ob Übergewicht oder nicht. Eine hilfreiche Methode, die man dann auf Kassenkosten bekommen kann, wenn man diese Probleme hat, Übergewicht und ein orthopädisches Problem, ist der Reha-Sport. Wird vom Arzt, sowohl vom Hausarzt als auch vom Orthopäden verschrieben. Man bekommt ein Jahr lang einmal die Woche Gruppengymnastik bei zertifizierten Anbietern. Auf Kosten der Krankenkasse macht sehr viel Sinn. Und was mir persönlich immer sehr am Herzen liegt, das Ganze gibt es inzwischen auch für Kinder. Die müssen sich da nicht schämen, wenn sie mit Normalgewichtigen in den Sportunterricht gehen oder in den Sportverein, sondern können gezielt in einer Gruppe probieren, ihr Problem anzugehen. Das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch was vermitteln. Wie gesagt, wenn euch der Kanal so gefällt, gebt mir ein Abo, liked das Video, teilt es, erzählt anderen Kollegen, was es hier tolles gibt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.